Ja, eben, ich fange jetzt mal ganz einfach an. Ohne grosse Technik. Ich mache hier mal ein paar My Story Posts. Ich bin jetzt sowieso unter Quarantäne im Moment, kann ich gar nicht raus. Aber zum Üben reicht das sicher. Ich hoffe euch freut das und schaut dann auch meine richtigen Videos später.